Neuer Tag, neuer Booster-Folge 1200. Hallo und herzlich Willkommen. Ich grüße euch. So. Und wir legen los. Wind, Solarisdrang, Tornado. Die erste Karte heute am Start hier. Solarisdrang, Fee. Wind, Solarisid. Tinas Schwingen. Die Rückkehr des Königs. Die erste Rare-Karte, Solaris, Finsternis, haben wir im letzten Booster-Pack übrigens als Holo gehabt. Eine Super-Rare. Sehr schön. Befreiung der Wasser. Unsere Holo-Karte heute ist wieder eine normale. Das haben wir aber auch meistens, wenn die vorherige Karte eine besondere war. Also in diesem Fall haben wir jetzt hier eine Super-Rare gehabt. Und meistens haben wir dann als Holo-Karte wieder eine normale. Sieht aber schön aus vom Artwork her. Die Tugendhaften gegen die Virtuellen, die haben wir noch nicht in Holo gezogen. Ich glaube, Holo-Karten selber als Doppelte habe ich generell immer nie gezogen bei Force of Will. Aber ich freue mich über dieses Artwork jetzt hier tatsächlich, dass wir die in Holo gezogen haben. Auch wenn es nur eine normale Karte ist. Also nichts wert, ne? Aber die sieht halt wunderschön aus. Und dann haben wir hier nochmal den Reprint eines Wingolf-Zaubersteins. Und zwar Kondensierender Licht-Zauberstein. Und der sieht auch geil aus. Ja, bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.